What's up Freaks, willkommen zu einem weiteren Let's Wave von mir, Sulfa zum Spiel TF2, heute an Weihnachten auf George, CP George, 5 George, wie auch immer, 5 Points George und ja, gerade wieder mal angefangen, ich bin hier schon ein bisschen am Rampage, wo ich mir noch hier, denke ich, unschwer erkennen kann und ich denke mal, ich dachte, ich nehme jetzt mal so, eben so 1-2 Minuten auf, frag mal so, wie es euch denn heute so geht an Weihnachten was ihr denn so für Geschenke bekommt, was ihr mir natürlich erst heute Abend posten könnt, logischerweise oder ihr habt schon welche bekommen, könnt ihr mir jetzt schon posten, würde mich mal so allgemein interessieren, was denn so die Jugend von euch so alles an tollen Sachen bekommt, während mein TF2 gerade ein bisschen am Längen ist, während der Aufnahme, was natürlich passieren kann wenn man einfach mal eben so random aufnimmt, äh, ja, auf jeden Fall, ich habe gerade nur irgendwie 40 FPS anstatt meiner normalen 60 was ich sehr bemerkbar mache jetzt gerade, aber das liegt auch vielleicht daran, weil ich meine CPU runtertakten musste weil meine CPU ein bisschen Schwierigkeiten macht, ehrlich gesagt und dementsprechend ich aufpassen muss, weil mein Rechner schützt momentan auch wieder ab und deswegen, ja, ist das gar nicht so einfach in dem Sinne na, auf jeden Fall, schreibt mir, was ihr so an Geschenken bekommt, würde mich wirklich interessieren und dann gucken wir mal weiter her oh, das war nice, das war ein nice medical und das war ein nice airshot von mir, auf Tiger sogar schnell, 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 komm schon so, jetzt kannst du mich nicht mal umbringen, weil ich habe viel zu viel Live-Gen Live-Regen, wenn ich das Ding anhabe und ich liebe dieses Ding Conqueror, mit dem Ding eigentlich Blackbox, weil ich Blackbox eigentlich liebe, aber das geht auch so, oh Gott, das war ein Fehler das war noch mehr Fehler das hat sogar richtig schmerzhaft Fehler wehgetan und ja, Fehler wehgetan, ein komisches Wort nun, 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 nun ja, auf jeden Fall, sonst, schlagt beim Steam-Sale zu, wenn ihr ein bisschen Geld bekommt weil, da kommen immer wieder sehr, sehr nice Spiele vergesst nicht, im Winter-Sale abzustimmen, denn das ist auch wichtig, logischerweise und jo, 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 jo ich würde sagen, ich spiele noch mal so ein, zwei Minuten wenn, ich habe keine, ich habe mir keine Zeit mehr gestellt diesmal also, das heißt, es ist so ein bisschen geschätzt und wir machen einfach mal und dann leite ich jetzt gleich hoch und dann könnt ihr euch ein bisschen daran erfreuen du bist ein Spy Bad Spy oh Gott, Bad Mitte Problematische, Großproblematische Mitte Scheiße ich komme hier nicht raus, ne oh Gott, er schmink mir nach wo ist er, ist er hier gerade reingelaufen? ja, er ist hier reingelaufen kleiner Spaß I don't believe it I don't believe it I don't believe it either because you are dying now so happily after all und ist er, Soja, hat das gerade überlebt? weiß ich nicht absolut nicht wissend wissen wir viel zu viele Box-Heavys irgendwie die mich jetzt trotzdem nicht kaputt machen ich dachte eigentlich äh, unten ist ein böser Demo-Man ich habe das gerade gemerkt aber ich gehe lieber hier und mach die da kaputt kaputt und ich vercup mit einem random Crit-Stick hier anscheinend richtig nice und jo, auf jeden Fall so viel erstmal zum heutigen Mini-Let's Play wie gesagt, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich über die Weihnachtszeit nichts aufnehmen werde aber naja, ich kann es halt nicht lassen, ne bis dahin ciao, ciao ciao